An meinem freien Tag, wenn ich nicht nach Mannheim fahre, zu meiner Familie und in Ingolstadt bleibe, gehe ich gerne mit ein paar Jungs aus der Mannschaft, gehen wir manchmal hier an unseren Schwächen und Stärken arbeiten, einfach ein paar Abschlüsse machen zum Beispiel oder auch zum Kino oder mit meinem Hund spazieren, solche Sachen auch, einfach dann auch mal abschalten, was essen gehen und wieder Kraft sammeln für die Woche. Ja, das war im Alter von vier Jahren beim VfL Neckarau in Mannheim, wo ich auch meine ganze Jugend durchlaufen habe und ja, da kann ich mich noch gut dran erinnern, bin heute noch mit vielen Jungs von damals befreundet. Die Stimmung ist gut, auch wenn wir im Moment 17. Platz sind, wissen wir, dass wir die letzten Wochen einen guten Weg eingeschlagen haben, nicht viel fehlt, um zu punkten. Wir wissen aber auch, dass wir jetzt punkten müssen. Dafür werden wir alles geben und werden auch am Samstag den Bayern einen großen Kampf abverlangen und dann hoffen wir, dass wir Punkte in Ingolstadt behalten können.